Nummer 5. Dieser Leinenbezug ist wasserdicht, ideal zum Schutz von Kleidungsstücken vor Regen, Staub, Smog und Pollen. Das Tuch misst 260 cm x 135, duftet nach Zitrone und ist aus hochwertigem, transparentem Kunststoff gefertigt. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4. Dieses PVC-Tuch ist ideal, um Kleidung vor Regen, Staub und Smog zu schützen. Das Tuch misst 200 cm x 300. Ausgezeichnetes Produkt für Qualität und Preis. Das Tuch hat eine hohe Widerstandsfähigkeit, ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Das Trocknertuch schützt die Kleidung vor Staub und Regen und ist 110 cm x 250 cm groß. Der Bezug ist praktisch und leicht, atmungsaktiv und waschbar. Mit diesem Produkt können Sie immer im Freien hängen und somit das Licht in der Wohnung eliminieren. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Diese wasserdichte Wäscheleinenabdeckung ist aus PVC gefertigt. Die Wäscheleinenabdeckung zeichnet sich durch eine bequeme Anwendung aus und ist mit einem Gewicht von nur 400 g auch recht leicht. Die Wäscheleinenabdeckung ist ein Wäscheleinenzubehör, das Ihre Wäsche vor den Elementen wie Sonnenlicht, Regen, Smog und Staub schützt. Die Abdeckung ist ideal bei Regen, hat eine hohe Widerstandsfähigkeit, ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Sie kann von Hand gewaschen werden, so dass er immer wieder verwendet werden kann. Im geöffneten Zustand misst Sie 2 Meter Länge und 60 Zentimeter Breite. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Diese Abdeckung deckt die Wäscheleine perfekt ab, verkürzt die Trocknungszeit und schützt vor Sonnenlicht, wodurch ein Vergilben und Verfärben der Wäsche verhindert wird. Die Abdeckung schützt auch vor Feuchtigkeit, Nebel und leichtem Regen. Sie verhindert die Ablagerung von Smog, Feinstaub und Pollen. Das Tuch ist waschmaschinenfest. Hervorragendes Produkt zum Qualitätspreis. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Produkt zum Qualitätspreis.